Jetzt hallo an die Club hier, willkommen zu einer weiteren DDD zusammen mit den Leuten, die hier auf dem Server sind. Ja, willkommen. Hallo. 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 That's me. War jetzt aber nicht so romantisch. Ramondisch. Ramondisch. Ja, ich hab's gemerkt. Der Kapuze schwingt immer gern fürs andere Team. Der Kapuze schwingt immer gern fürs andere Team. Ramondischer Freund. Hi Maro, was geht? Maro, was geht? Hi Maro, was geht? Hi Maro. Ich muss dir erzählen, der Kapuze schwingt manchmal fürs andere Team. Der Kapuze hatte am Ende gewonnen, er hat mit seinem Team gewonnen. Ich hab gewonnen, ja. Richtig Antimates. Wow. Oh, der mich abrannt. Das Kind hat. Alter Schweins, alter Schweins. Nein, ich bin... Alex ist tot. Ich hör ne Falle zusammen. Was denn? Dann simuliere Papiere. Was hat jemand erschossen? Nein. Nein, das war Alex. Der hat vor Panik geschossen. Ich hab Angst, dass du mich zum Arzt brimmst. Ich bin nicht geimpft. Geh weg. Unter uns ist der Totemjäger. Genau unter uns, Julie. Wir haben übrigens nur zwei Traitor gekauft. Da sind nur noch neun Leute und ein Papier hier. In dem Gebäude. Ah, das ist Julie die Trap. Das ist echt ne Trap. Niemals. Aber ist die Frage, sind Traps gay oder nicht? Ja. Könnte Maro sein? Ja, könnte. Aber es könnte auch nicht sein. Also mein Totem war dabei. Glaubt ihr, das ist der Maro? Und ich hab's auf der Treppe platziert. Ey, hast du grad geschossen? Und die, Julie... Ist das dein Totem hier, Maro? Ja, ich shoppe hier. Nee, weil steht irgendwo draußen. Die, Julie, darf ich mich shoppen? Nein. Nein, mein Totem steht hier nicht, nein. Gibt keine High Heels für dich. Gibt keine High Heels für dich. Gibt keine High Heels für dich. Oh. Nee, weil steht unten im Treppenhaus. Hat noch irgendeiner sein Totem im Haus, eigentlich? Es stehen einige Totem im Haus. Ich bin am Anfang gestorben, also vor der Runde gestorben. Hammer, einfach mal überdurchsetzt einfach. Maro läuft nämlich hier ganz schön schnell. Was ist da los? Muss man sagen. Maro! Das ist Maros Totem, was genau neben meinem stand. Maro! Nein, 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 nein. Ja, ich hab's gesehen. Was? Es ist Maro. Es ist Maro. Maros Totem wurde verschont. Es ist Maro, Leute. Nein, 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 nein. Wir müssen das jetzt schnell haben. Er ist tot. Er ist tot. Es war tot. Alex ist auch einer. Alex. Er hat sich gerade fassen. Wo seid ihr? Maro, Maro, Maro. Maro, Maro. Er hat sich gehetzt. Die Katze hat sich selbst gemacht. Okay, Payne schießt weiter. Payne ist... Okay, Alex ist es... Dann hör auf zu schießen. Ich dachte... Alex ist es... Dankeschön. Ein unfühliger Sohn. Alex ist es... Okay, hier draußen Nick Dalu. Okay, der hat Alex gecallt. Ich weiß jetzt nicht, ob ich Kundran vertrauen soll oder nicht. Alex ist schon tot. Okay, whatever. Kundran? Kundran? Was hast du gerade? Kundran, du... Nein! Oh, Mann. Hä? Kundran hat gerade eine... Achso, das leben eh nur noch Trader. Also... Hättest du es jetzt oder nicht? Nein. Ich bin der einzige Indo, der noch lebt. Was ist das jetzt für eine Explosion? Die Tür. Da ist die Tür. Möchte der Traitor oder die Traitoren wenigstens noch mit mir reden? Äh, wie geht's dir so? Nein. Okay, Ali ist der andere sogar noch. Machst du so in Letzten-Side-Zockst du irgendwas Spezielles? Ähm... Alex. Was für ein Spiel? Alex. Wow, Early. Ist das dein Ernst? Ja, ich... Loll. Was war das hier? Ja! 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 Das Hut! Ja! Wo is' dis donut? What super? Jairst du das? Jawohl, danke für die Heilung. Wer tot ist, bitte melden. Danke fürs Heiligen, Kunran. Wenn du durch das Hut nämlich erschießt, dann kommt ein Kentucky-Eimer raus! Ich habe einen, mit dem spieler den du angeschossen hast viel spaß mit 100 ist es nur noch ein trade am leben und hier ist eine leiche ist es nur ein kräuter im leben wir haben einen toten dämon gefunden unten liegt der hellstation wenn sich jemand heilen möchte das ist ja eine schwache hilfstation das war schon der dritte bot das ist ein toller chris rieger auf dem erlässt ich hab deinen C an wo ist die hilfstation wo ist die hilfstation item so richtig verprügelt komm wir machen noch eine runde item wo ist die hilfstation wo ist die hilfstation werdet ihr geschossen du musst doch nicht geschossen nein ich wurde aufgetroffen ich komm jetzt runter und verprügelt wer war das jetzt wichtige aufgabe was schon bin ich aufgeschossen wer schießt da da wer hat Alex oh mein gott das hat hier gerade gepriegt das ist wieder safe das ist wieder safe ja da ist der karl übrigens nein bin ich nicht ich bin wirklich into warum haltet ihr euch hier unten moment wenn ihr euch kapuze alle hier spielen zusammen bis auf die komm Boxkampf du darfst auch eine crowbar nehmen geh weg okay kämpf ich mit Faust du mit Croba okay nur mit Croba wir machen den Croba-Kampf nahkampf alle gegen alle ich wehr mich ja ja ihr dürft mich zuerst hauen ich schlag dann zurück wer mich haut nicht geschlagen oh oh warte ich hab doch nicht geschlagen ja ich hab doch nicht geschlagen ja ich hab doch nicht geschlagen wie machen wir das Juli wir müssen die beiden gleichzeitig angreifen weißt du hier unten Maru kommst du mit? hilfst du uns? äh mit dem Croba auf Darm aber Juli hat keiner schossen ist mir egal oh oh Juli willst du mir was sagen? nein da ist was explodiert glaube ich ja was denn krank richtig stark da ja wer hat denn urli gekillt ab warum hat Juli wohl nicht ich aus Versehen das ist dein ernst Was hat Juli geschossen? Ihr habt keine Ahnung, es hat auf jeden Fall weh getan. Ihr habt einen Boomerang auf euch geworfen. Ihr habt zwei mit einem Boomerang geschossen. Ihr standet so süß zusammen. MLG. Wir wollten uns gerade klopfen. Ich wollte gerade schreien. Ich hab gerade schon einen Rerif. Er stirbt durch Deathcredit. Das funktioniert ja eigentlich. Early, hier musst du deinen Totem drinnen setzen Early. Early, du musst ein Totem in den Raum setzen. Oh, Scherbi muss ein Totem setzen. Ja, in dem Raum. Hier in dieser kleinen Kammer. Hier. Räum. Du meinst du hier? Ja, ja. Du kannst auch fetter Arschlecken. Warum denn? Ich hätte es gern gesehen. Warum? Sagen die keine Kamera, Early. Warum ist die Banane rum? Early in die Sonne weg. No. Wo? Weil wir die Hände ankommen. Und die waren auch nicht dran. Hey, ich bin noch in Orbe-Stahlen. Ich war noch in der Kammer drin. Kammer des Schreckens. Du Schmecken! Kammer des Schreckens. Uh. Hallo. Ich glaube, ich bin gleich tot. Ich glaube nicht. Ist aber nett. Oh, wir haben einen DT, ok. Ich glaube, der lebt nicht mehr. Doch. Doch. Er hat einen Botzeranalex Regeln, aber... Ich war nicht, ich war nicht, ich war nicht, ich war nicht DT. Ich war nicht DT, ok. Ich glaube, er lebt nicht mehr. Das ist ein Diskus, was sie hört. Mhm. Achso. ja man hört diskus aber es stand auch im chat das tut jetzt wieder jetzt wieder ja da verwirrt einer mit diskus und so ist auf jeden fall nicht jo ich wurde angeschlossen von irgend auf dem tower maru glaube ich ja maru was da war es was nicht zugehört leute ist tot aber jetzt lebt er wieder hey du hast mich julie danke dass du mir rückendeck sei hallo muss man gerade checken was hier abgeht ja da du ist es okay es gibt immer zwei traiter kann nicht sein dass ich nur inos gekillt habe wo ist er hin es ist noch pain alex es sind auch noch alle anderen die noch leben weil ich habe nur inos gekillt bis jetzt die anderen sind traitor okay wir könnten noch two on two spielen bis wir im one on one sind hast du das bist du tot? ach komm dieses ach komm voll enttäuscht oh kap... weißt du mich gerade kapkatze denn? ich wollte dir sofort so die mädel voll ins gesicht haben ja ähm ja wenn wir noch die frage wie funktioniert der dämon eigentlich? unsichtbar machen wir so ich versuche gerade was anderes zu checken gibt da nicht da du noch? was machst du denn hier? gib mal da raus hier ich bin am shoppen ich hab noch einen point lass mal irgendwas cooles machen ach Gott ey mach doch nen haul wenn du fertig bist mit dem shoppen so viel wie du einkaufst warte ich kauf nen radar hier irgendwo halt stopp die tür hab ich nicht wieder zu gemacht du hast versagt du hast versagt hallo? ja hab Türen gehört ich belebe grad nen Inno wieder und mache den zum sidekick ha 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 hab ich immer noch nicht ja ich mach einfach das gleiche mit nem Traitor ja hab ich immer ganz auf unentschieden ok komm nochmal rein in den Raum du heilst dich? ok Mai auch ne Melone alles klar Mai auch ja da da alles steffert röste dran nice hast du grad versucht dich durchzuporten durch die Tür? was waren das wir da waren wenn es ne Melone gewesen wäre wollte ich mich wirklich rei transporten damit die explodiert man hat mich in den Creepen hochgebrochen jetzt wach der doch noch geflungen wie geht denn eigentlich dieser Demo Auf E kannst du was machen und auf E. Auf E machst du dich glaube ich unsichtbar. Okay. Du musst aber erst mal den Dämon verwandeln vorher. Geht das nicht. Ja ja, ist schon klar, ich war ja vorher in der Dämon, bevor ich durch Eurlid in den Tod gerissen wurde. Kapuzzi, ich habe mit dir den Platz getauscht. Ja, das habe ich gemerkt. Ich war auf einmal in deinem Raum, wo ich hinwollte. Ich war Vampir, okay. Und jetzt bin ich die Dämonin. Ey. Was machst du jetzt da? Der sagt, der Grabdeckel da ist. Ich erschießen, damit ich noch Credits auch. Was ist das für ein Item noch, mit dem man Plätze tauscht? S.A.T.M. So eine Hand mit Handy. Ah ja. Mein Totem war das. Unten rechtes Treppenhaus. Schnell. Noch eins runter. Hier muss er sein. Jetzt soll ich gerade losgehen. Du bist eine Early sein. Ja, es ist doch so oder so Early. Nein, es wurde noch ein Totem kaputt gemacht. Ja. Aber Early muss ihn gesehen haben. Early ist der andere. Hä, nein! Ich kann mich von gerade vorhanden. Kondran muss ihn gesehen haben. Mein Totem wurde zerstört. Hä? Kondran. Draußen in dem Moment. Nein, warst du nicht. Du bist rausgelaufen. Du bist mit... Ja, da war das... Du warst nicht draußen. Ich laufe wie ne alte Oma. Du bist doch rausgelaufen. Da. Kondran. Ja. Ja. Pain. Qua. Finish. Mit dieser Lüge kriegst du jetzt... Ey, das geht nur Traitor. Was für ein Schuss. Da oben hüpft einer mit Blue Bull rum. Ach, schweiß. Da oben hüpft einer mit Blue Bull rum. Ach, schweiß. Alles klar. Das hat Erli jetzt so wieder gemacht. Denkst mir doch am Arsch. Wie bist du gestorben, Erli? Die ist Backstein. Die Katze hat mich umgebracht, random. Ich hab ihm Backstein entgegengeworfen und es war reingekommen. Aber Erli war eh schon überführt worden. Handy. Überhaupt nicht. Ich hab nichts gemacht. Ich bin auf den Toten Hunter getreten. Ich war nicht in der Nähe. Das zockt mir. Du bist auf den Toten Hunter getreten? Ich bin nicht in seiner Nähe gewesen. War ganz woanders. Ja. Ich hab von der Mitte und ich vom Turm. Aber eigentlich hätte Erli da nicht sterben dürfen, weil es ja aus Welt, oder? Nee. Weil es geworfen ist, wird es dem angekreidet. Dem Werfer. Oh. Hast du? Ich glaub ich bin tot. Was ist denn da passiert? Ha! Entschuldigung. Hallo. Ich hab mir ne Waffe gefunden. Ich hab den Xlira, die Schöne. Da häng ich ihn auf. Ah, kann ich gar nicht. Ich will ihn auf. Nein. Ich hab einen Alex. Hey, lass meinen Alex nicht. Warte. Ihr wisst kalt. Sonst muss Erli der Andere sein. Hä? Erli. Sherlock Dalu und Dalu und Dalu. Erli ist es. Ich hab die Masse. Findest du nicht Erli? Na Payne? Konntest du das Totem nicht kaputt machen? Payne ist Totemjäger. Hä? Nein. Bin ich so ein Idiot. Ich bin so ein Idiot. Erli ist der Andere. Hä? Warum ich denn? Was hast du grad gesagt? Payne ist Totemjäger. Ich hab die Leute schon bei dir meine eigene Brandgranate gelaufen. Payne ist Totemjäger. Erli hat sogar schon Schaden bekommen, weil er sich mit Alex wahrscheinlich duelliert hat. Erli hat eine Brandgranate gelaufen. Ich hab gar keine Reaktion irgendwie. Moment, wo ist Erli? Ich hab einen Backstein. Ich riegel das. Hau ab. Wo bist du denn? Der Backstein. Oh, die Julie Worslow LP. Wo bist du? Da ist er noch. Nein. Nein. Ich bin mal am Arsch lecken. Juhuhuhu. Ei. Ei. Tuti. Das große Ziechenstein. Nein. Er hat nicht gerade entsorgt. Erli hat wieder voller HP. Ich glaube er hat sich geheilt. Dalo ist, Dalo ist eben was. Erli hat sich geheilt. Ich hab Erli angeschossen. Er hat sich nicht gewehrt. Erli stehst. Der Detective hat's gesehen. Erli hat's genau gesehen, dass er mit der Unziee geschossen hat. Du hast es gesehen Detective items. Du kannst mir am Arsch lecken Carlo. Ich klei jetzt ab. Carlo. Nicht da Alu abschießen. Nils. Was mit Nils? Verfolg ihn nicht. Was machst du hinter mir? Ich will da hinten. Ist dir bewusst, dass der nicht sucht? Der kann doch nix. Oh! Er hat mit einer Simon Snipe auf mich geschossen. Was ist das denn? Ich klei jetzt ab. Du hast ihn auf mich abgelehnt. Ich hab doch bis jetzt noch gar nichts gemacht. Die Scheiße hätte ich in dem Moment rausgeguckt. Der bestimmt eine Claw bei der Hand gehört. Das Laub bringt mich dann einfach um. Du bist da. Du wirst wieder eins hier nicht umbringen. Du hast ja wieder noch roter AP. Kapuze hebt ab. Kapuze hebt ab. Kapuze. Was? Erli aimed ab. Hey! Pain! 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 Pain ist es. Hat er vor. Pain ist tot im Hunter. Hat Schmerzen. Hat Schmerzen. Rett ihn. Warum? Erli hat Neno erschossen. Ihr habt ihn gecallt jetzt. Das war's dann. Das war's. Erli hat Neno abgeknallt. Könnte kein Neno umbringen. Yo, er war's halt wirklich. Hab ich's gecallt am Anfang? Ja. Ich glaube aber, dass Dallus auch ist und gegen Tim arbeitet. Nee, dann hätte er das glaube ich gesagt. Ich glaube, er hätte das einfach zugegeben. Ja, ja, das stimmt. Dallu bitte nicht. Ja, ich glaube aber, Dallu ist irgendwas. Tim, es tut mir leid. Normalerweise hätte ich ihn nicht angeschossen wegen Dallu. Ich hab ihn nicht angeschossen. Ich möchte nur sagen, dass ich nicht einmal auf Erli geschossen habe. Ja, das ist es. Ja, ja. Das ist schon in Ordnung. Heim, Aro, was geht? Den Pain, wie ist es jetzt? Julie, das machen wir nicht so, ne? Pain! Pain, warum hast du mich geschlagen? Hä? Warum hast du mich geschlagen? Dafür braucht man keine Gründe. Ich fand's lustig. Oh, ich wollte den umgehen. Ich hab dich doch gar nicht getötet. Ich hatte 50 HP und dann standst du neben mir mit der Crowbar und ich hab einfach einmal nur noch 20 HP gehabt. Ja, kein Grund mich zu töten, als ich mir gerne 20 HP abziehen kann, aber nicht mehr. Okay, war mein Teil. Ich hätte ihn auch erschossen. So kam eins zum einen. Nee, ich hab ja nichts gemacht, außer dass du auf mich geschossen hast. Erstmal, ne? Hey, du hast voll rumgedeckt. Rechtheit, ey. Rechtheit. Nur auf dich geballert, Pain, weil du mich angegriffen hast. Ja, ich hab mich nicht mal weiter gewehrt. Ich hab keine Verbindung zum Server mehr. Fifty Shades of Early. Early Accuration hat sich nicht mehr gewehrt. Nee, läuft aber noch, ob du automatisch wieder reinkonnectest. Lass uns Early erschießen, ich glaub, er ist Traitor gewesen. Ja, er bringt mich gerade weg. Was war das jetzt? Aber du hast das gehört, dass du dich selbst gekillt hast? Early's Traitor. Das war lustig. Ja, ich hab halt mega Legs gehabt. Hey! Okay, also wieder nur Connection-Problem. Was war das? Was war das für ein Item, die da noch haben? Hier. Oh Mann, ja. Nix. Hallo. Alex, Alex, ich erschieß dich. Fang! Wie willst du mich das machen? Ich hab drei Schüsse One Deaks Zeit, dich zu töten. Oh, guck mal auf den anderen Tower-Items. Drei Schüsse One Deaks. Da steht einer ganz aufgeräumt. Wer hat eine Grenade, oder? Juli? Nee, der hat auch nicht gezählt. Nee, der hat auch nicht gezählt. Da springen wir uns entgegen. Kapuels, komm, lauf mal, Baywatch, schmeiß ich den Gang in. Okay, 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 okay. Oh Gott. Es ist da. Oh, Dalu ist es da. Natürlich ist es da, nur nach der Ansage. Du hast den Dings gekippt. Und den Kapuels. Oh nein, ich sterbe. Oh nein, ich sterbe. One Deaks. Maru ist der andere. Ich will sie übrigens nicht. Alter, du bist der Dings. Ich glaub, ich glaub, Juli ist es, glaub ich, langsam. Langsam oder schnell? Warte bitte, Maru. Einen musste mir leben lassen. Okay. Warte, was? Maru und Dalu. Ja, Maru und Dalu, ja. Was? Nein, halt, stopp. Ich bin dagegen. Die sind Sidekick oder sowas oder Traitor. Das ist kaputt. Ich glaub, das war meins. Gemein. Ja, da ist Schlage gekommen. Das ist echt gemein. Hallo? Was ist denn... Oh, ich hab mich da leider fest. Was ist denn das für eine Artikel? Juli, lauf mal weiter geradeaus, bitte. Warum wolltest du nicht... In die Bärenfalle. Ah! Nein! 360! Nein! Was passiert denn jetzt? Juli war schon wieder ein Jackal. Juli war schon wieder ein Jackal, ey. Das war krass. Einen sind wir jetzt alleine? Das ist... Ich fürchte ja. Sag mir bitte, du bist kein Sidekick oder sowas. Nee, nee. Noch nicht. Kannst du mir irgendwas tun, wo ich Leute töten kann? Ja, ich kann dir was geben, hier. Aber Juli war der einzige Jackal, der den Wettbewerb kauft. Hast du mir gerade eine Smog oder eine Insiderien? Ja, eine Smog hab ich dir hingeworfen. Da unten liegt eine Shotgun. Kannst du mir die bringen? Au, ich schieß hier rum. End. Boom! Ja! Ich hab Dalu! Nein! Ich hab Dalu! So, ich hab Dalu vor. Was ist jetzt los? Da ist meins! Bitte sag mir nicht, du überlebst Dalu. Respondst du jetzt? Haben wir ein Problem? Alex! Ach Gott, ey. Ich hab sie! Ja! Wuhu! Ich bin der neue Sheriff in der... Och man. Ich will auch noch was Sachen kaputt machen, ey. Ich muss erstmal alles holen, bevor ich kein Radar. Entschuldigung. Ich kann aber auch zu dir kommen, wenn du willst. Ja, warte mal kurz. Nein! Ich will nicht warten! Ich muss aber nicht shoppen! So, dann warte ich. Das ist nett von dir. Juhu! Wo ist denn der Vampir? Das ist der falsche Vampir. Äh, irgendwo unten. Ach, da ist der Vampir. Ja, ich hab jetzt grad C drücken wollen, weil ich einen Spider-Man-Gang hab und dachte, ich komm in den Shop, aber ich fühl mich dann doch ein bisschen unterausgestattet für diesen Zweikampf. Bin ich jetzt unsichtbar? Ah. Will ich das jetzt wissen? Wo bist du? Ich bin eine Spider... Oh, ich kann fliegen! Bin ein... Was? Halt, stopp! Nein, halt! Das war der letzte Vorteil, den ich hatte. Könntest du aufhören zu fliegen, wenn das geht? Nein, ich kann nur hüpfen. Kann es sein, dass Dalu noch lebt? Nee. Dalu hat seine letzten Sekunden wirklich in der Luft verbracht. Wo bist du denn schon wieder hier? Ähm... Ah! Komm her! Deswegen hab ich keinen Führerschein, das wär ein Park. Wenn's euch gefallen, dann lasst ein Like, schau mal einfach mal, bis zum nächsten Mal, macht's gut, ciao! Tschüss! 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 Untertitelung des ZDF, 2020